Jetzt hängt da noch so einer rum. Ich würde gerne mal wissen, wo. Oh, da drinnen, ey. Na komm, du ey, du oder ich. Dieses Schlachtfeld ist nicht groß genug für uns beide. Stellt sich mal gar nicht so doof an, der Typ. Ja, da triffst du nichts. Das kann ich dir jetzt schon so sagen. Aber ich treffe dich. Aber da lebt immer noch einer. Da vorne nämlich. Was, immer noch? Hallo, wie viele stehen da rum? Was sagst du? Mal den Kaufwenden oder was sagst du? Ach, da stehst du. Ich packe mal die Schrotflinder aus. Bumm. So, haben wir jetzt alle, oder was? Ich hoffe. Ist ja schon ein bisschen nervig hier. Gerade wenn man wirklich so allein ist. Bestätigt. Bestätigt. Bereich frei. Vorposten gesichert. Gute Arbeit, Black Halo. Der erste Bereich ist frei. Jetzt kommen noch zwei Zielobjekte. Ein Funkwagen und ein dritter Vorposten oben auf dem Kamm. Haben Sie diese eliminiert, können Sie unentdeckt ins Dorf vordringen. Aha. Okay. Ich nehme mir mal den hier mit. Der ist nämlich toll. Den kenne ich noch. Ey, mein Fahrrad. Jetzt haben die Schufe... Die Chinesen haben mein Fahrrad geklaut. Die haben mein Fahrrad geklaut, die Chinesen. Ich glaube es ja wohl nicht. So. Stellen wir mal den Panzer am besten auf. Diesen Mini-Panzer. Ich habe ja auch noch die Drohne, ne? Hört mir gerade mal so spontan auf. Hier. Ach, jetzt haben die mich gesehen. Ich habe mich irgendein Kack-Scharfschütz gesehen. Ich finde es aber schön, dass die sich alle hier auf dem Panzer konzentrieren. Ach, verdammt. Aber er hat gut aufgeräumt. Das muss man ihm gelassen. Ich mache erstmal den Scharfschützen da weg. So, weg da. So. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kacke. Wir hatten auch alle, ob da zu stehen. Gibt es ja wohl nicht. Okay. Ich packe mal die Schrotflinde aus. Ich glaube, da müssen wir mit einer Schrotflinde ran. Bam. So, da stand aber noch ein Zweiter. Ach, nö. Der ist auch schon weg. Okay. Habe ich ihn gerade erschossen? Sag mal. Na gut. So, wir wechseln wieder. Die Mega-Drohne könnten wir eigentlich auch mal einsetzen. Aber erstmal muss ich den Scharfschützen loswerden. Steht doch nämlich. So. Jetzt steht schon mal fest, wer der bessere Scharfschütze von uns beiden ist. Ja, aber Verstärkung wäre jetzt echt toll. So, Kommunikationswagen schnell einnehmen. Da haben wir wieder solche Drohnen. Sag mal, die müsste ich jetzt langsam mal einsetzen. Verstanden. Funkwagen gesichert. Müssen wir jetzt aber langsam mal einsetzen. Ähm. Da. Aber da steht... Ne, da ist keiner. Ich das jetzt auf einmal so ein... Chinese um die Ecke kommt, mich erschreckt, wie er es schon in Crisis gemacht hat. Kam ja auch der Chinese einfach von hinten und... Naja, gut, es war ein Koreaner. Also, der Asiate. Hm, wo seid ihr? Hallo? Ich bin nicht da. Ah, ich packe jetzt lieber mal die Schrotflinte aus. Da steht nämlich einer. Ne, was war ein Scharfschützengewehr, sagen wir mal. Regatrone, Sprengladen. Bumm. Da war das Gesicht weg. Na gut, wir können doch bei einem Dingsgewehr bleiben. Obwohl, ich könnte ja auch mal die Jägerdrohne benutzen. So, wie waren das hier nochmal? Ne, ne, ne. Wie waren das jetzt nochmal mit Hupfliegen und so? So schon mal nicht. Ach, kacke. Jetzt habe ich... In der letzten Aufnahme konnte ich es noch. Mit den Jägerdrohnen, aber jetzt... Nicht. Und er ist zwar ziemlich dumm, dass der mir den Rücken zugedreht hat. Äh, die Quittung hat er jetzt. Ah, verdammt. Es kam bestimmt noch der scheiß Scharfschütze dazu. Also, wie gesagt, die Mission ist echt irgendwie mit die schwierigste. Weil wir echt komplett auf uns allein gestellt sind. Ich nehme beide mit. Oder ich stelle mich einfach nur blöd an. Das kann natürlich auch sein. Dass ich mir einfach nur zu blöd hier anstelle. Wie gesagt, ich bin ja nun nicht so der Eco-Shooter-Pro-Ultra-Mega-Spieler. Hallo! Komm, schau mir auch mal ins Gesicht. Du sollst mir ins Gesicht schauen. Schau mir die Augen. Komm. Hattest du ja auch immer alle wegrennen müssen? Ich bin so abstoßend. Kacke. Jetzt aber. Schicht im Schacht hier. Scheiße. Oh, hier. Mein. 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 Was? Wo? Ach, hier. Ich bin getroffen. Jetzt. Sauer. So, nehmen wir wieder unseren schönen Panzer hier. He, he. Ich frag mich eh, wo der das alles hinpackt. Die ganze Gerätschaft. Könnten wir eigentlich auch da hoch. Da könnten wir perfekt snipern. Warte mal, warte mal, warte mal. Das mach ich jetzt mal. Ich dachte schon, da steht einer. Oh. Ja, ist ja gut. Ey. Schreib mich nicht so an. Ich bin sensibel. Ich dachte jetzt eigentlich, wir können da hochgehen, die alle wegsnipern. Nein. Die müssen ja gleich anschreien. Okay, wir nehmen jetzt, nehmen, müssen wir halt die direkte, direkt angreifen. In den Ausläufern der Stadt steht Flugabwehr. Schalten Sie sie aus, damit wir Ihnen Verstärkung eingehen können. Muhahaha, 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 yeah. Verstärken klingt total toll im Übrigen. Ach, geht doch alle nur mal sterben. Ich glaube, es hackt. Wie sie immer noch weiter drauf rumballern. So, das erweist sich jetzt als... Schwierig. Einmal weg. Nochmal weg. Der bleibt einfach so gechillt stehen. Warum auch nicht? Ja, hinter dem, seinem Rücken, werden seine Kollegen abgeschossen. Och, ich bleibe einfach mal stehen, gechillt. So, jetzt müssen wir uns irgendwie schlau einstellen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Bupp. Ja, das war eine ganz schlechte Idee, nach da zu gucken, um die Aussicht zu genießen. Aber okay. Mir soll es recht sein. Und... Kann ich den jetzt abknallen? Ich hoffe. Nein. Äh... Wir haben doch diese Drohnen, ne? Wir gehen das jetzt nochmal mit Rücken runter. Achso. Hä? Ich müsste den anderen drücken, oder was? Hä? Na gut, dann machen wir es halt so. Ja! Bumm! So. Ich denke mal, jetzt haben wir Ruhe. Das waren also nicht solche Drohnen, wie wir letzten Zeiten... Ach nee, das war ja auch ein Hubschrauber, stimmt. Das war ja so ein kleiner Helikopter, der, ähm... Die Dings, die Raketen geschossen hat. Stimmt, stimmt. So, damit wir hier Verstärkung endlich reinkriegen. Gut, äh... Ich warte. Ich warte. Hallo! Okay, da nicht. Immer noch Tatschikistan, oder wie das Kaff heißt. Warum eigentlich Z war es nicht immer Y, mit dem wir, äh... gekrochen sind. Hm. Na gut. Vielleicht... amerikanische Tastenbelegung, ne? Das kann natürlich sein. Dann ist Z eigentlich ganz logisch. Einmal Enter drücken, bitte. So, oh, und jetzt haben wir auch wieder so eine schöne Waffe. Ja gut, schönes Relativ. So, da kommen unsere Freunde. Na, guck mal. Na, guck mal. Hier, um sie zu unterstützen. Verstanden? Dieser Street-Log verdient etwas Unterstützung. Oh, ja. Sie kann ins Dorf vorrücken. Es ist von einer ständigen Garnison der Rotstein-Infanterie und leichten Fahrzeugen besetzt. Sie haben da auch zwei Zielobjekte. Das Hauptquartier und den Fuhrpark. Sie müssen weiter halten. Fuhrpark und Hauptquartier einig. Was, eigentlich eine ganz schöne Landschaft hier, wenn man sich mal so umguckt? Ganz schön geil, nicht? Ja, ja, ist ja gut. Oh, ich wollte doch nur ein bisschen die Landschaft genießen, Mann. Ich komme doch nie raus. Außer im Krieg. Abschnitt gesichert. Keine Runden mehr. So ist's recht. Feind gesichtet. Feinde rechts. Hinter diesen Satzlecken. Ah, jetzt sind wir hier in dem scheiß Dorf. Was natürlich total prall ist. Na, eigentlich nicht. Aber naja. Eh. Oh, ich, ich. Ich sehe keine Feinde. Hä? Wo seht ihr die alle? Da ist einer. So, ich habe den Fensterkampf gewonnen. Geht doch mal weg hier. Geht mir mal wissen, was in dem Auto ist. Sobald ich hier mal dazu komme, zu gucken. Und das ist eine... Aber in dem, you know. Ich gehe mir mal da. Ich bin hier mal da. Vielen Dank.